Das Leben eines Kindes kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo in der Welt es aufwächst. In vielen ärmeren Staaten gehören Hunger, Krieg und Gewalt, Kinderarbeit und Armut zum Lebensalltag der Kinder. Dort ist es zum Beispiel für viele Kinder und Jugendliche unmöglich, regelmäßig zur Schule zu gehen. In einem reichen Land wie Deutschland ist das kaum vorstellbar. Doch auch hier gibt es Kinderarmut, Benachteiligungen wegen Herkunft und Glauben oder generelle Kinderfeindlichkeit. Was viele nicht wissen, all dies verstößt gegen die Rechte der Kinder. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen... Die Inhalte Door Die Inhalte